Hallo meine Lieben, heute gibt es einen neuen Vlog für euch. Und zwar das erste Mal zu Hause mit unserer neuen Kamera. Wie gefällt euch schon mal die Grafik? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ähm, ja, also der erste Vlog nach Eschwege. Ja, ähm, Eschwege ist nun vorbei, seit einer Woche. Schon irgendwie traurig, dass es schon so schnell vorbei ist. Ja, aber ein Ende war natürlich in Sicht. Ja, also der Bennet ist da. Die Mel leider nicht, die Mel ist noch beim Felix seit Eschwege. Weil ich konnte nur einen Kinderwagen mitnehmen. Und, äh, ein Baby mitnehmen. Und deswegen habe ich mich für Bennet entschieden. Aber die Mel wird auf jeden Fall auch am Wochenende wieder hier einziehen. Bennet müssen wir gleich anziehen. Ich werde euch gleich zeigen, was wir in Eschwege gekauft haben. Und, ja, das machen wir heute. Wir werden einfach so einen kleinen Alltag haben mit Benneten. Ich muss ein paar Sachen machen, ein paar Sachen aufräumen. Und ein paar Sachen, äh, ja, einfach Regeln müssen aufräumen. Und ein paar Sachen einfach machen. Ich bin irgendwie voll verwirrt heute mit dem Vloggen. Ich weiß nicht, ich, irgendwie ist das irgendwie weg. Ich weiß nicht, seit Eschwege will ich immer wieder die Kamera in die Hand nehmen. Aber irgendwie ist das irgendwie total komisch für mich. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ähm, ja, wird bestimmt wieder besser. Ich freue mich gerade riesig, wenn meine Kamera hat ja einfach nicht fokussieren will. Ich hoffe auch übrigens, die Kamerakualität gefällt euch. Ich finde das eigentlich richtig, richtig gut. Aber, ja, ist natürlich eure Meinung, wie euch das so gefällt. Es ist auf jeden Fall was anderes, mit so einer Riesenkamera umzulaufen. Ich finde, wenn ich hier sitze, habe ich vor, dass... Oh, ne, die Sonne ist hier zu hell, aber... Vor das gute Licht, oder? Ja, also wir werden jetzt erstmal Benneten umziehen und dann hier ein paar Sachen wegräumen. Der Wettekorb ist nämlich voll, wie ihr seht. Benneten muss umgezogen werden und hier muss allgemein mal ein Chaos beseitigt werden. Ich glaube, wir ziehen zuerst den Benneten, beziehungsweise räume ich jetzt erstmal hier kurz die Sachen weg. Wir haben euch was tolles geschenkt bekommen. Und das wollte ich jetzt kurz einmal zusammenlegen und dann in den Schrank. Dann machen wir mal kurz die Wäsche, damit es auch weg ist. Genau. So, schon mal ein Body. Mützen und so. Kommen wir jetzt mal hier oben hin. In der Hose. So. Das bekommt der Benneten gleich an. Eine süße Jacke und eine passende Hose dazu. Das haben wir ebenfalls geschenkt bekommen. Das bekommt der Benneten gleich an, einfach weil ich das unbedingt mal anprobieren will. Dann haben wir, wie gesagt, unseren Wäschekorb, der truppevoll ist. Auch mit noch ganz viel selbstgenähten Sachen. Also, die meisten Klamotten sind einfach leider jetzt bei Felix noch. Die werde ich jetzt aber demnächst abholen. Genauso wie der Kinderwagen, der ist ebenfalls noch bei Felix. Zum Glück habe ich noch einen zweiten hier. Das ist natürlich der Vorteil dabei. Ja, aber mein Kind aber wahrscheinlich auch morgen verkauft, weil ein neuer einziehen soll. Ich habe den zwar gerade erst neu gekauft, ich weiß, aber ich möchte einfach einen neuen haben. Ich habe mich einfach dafür entschieden, obwohl der ist echt toll und deswegen wird es auch genau den gleichen nochmal einfach geben. Nur genau den gleichen halt einfach in ein neuer, also halt einfach in ein neuerem Modell sozusagen. Ich freue mich da riesig drauf. Ich hoffe, das klappt alles, wie ich mir das so wünsche. Und ja, ich werde versuchen, noch ein Video über den Kinderwagen zu drehen, wenn er morgen nicht verkauft wird. Wenn er morgen verkauft wird, kann ich das natürlich nicht mehr machen. Aber vielleicht habe ich ja irgendwie noch die Chance, da ein Video draus zu machen. Schon Mittag gegessen. Gerade den ersten Vlog mit Benetton geschnitten. Und dann muss ich noch die Eschwege-Videos schneiden, genau. Die habt ihr aber schon gesehen, wenn das Video online ist. Ähm, ja, ich bin echt gespannt. Ich glaube, ich habe mich noch nie so doll auf ein Video gefreut, also ob das Video schneiden gefreut, wie bei den Eschwege-Videos. Weil Eschwege war einfach ein absoluter Traum. Es war unglaublich schön. Ich hätte es mir besser vorgestellt. Es war trotzdem einfach unfassbar schön, auch einfach ein paar Leute zu sehen. Was Neues zu entdecken, zu reisen mit Felix, ist einfach unglaublich toll. Denn haben wir super tolle Bekanntschaften im Zug gemacht mit den Babys und das war einfach unglaublich cool. Aber zu dem Zugfahren mit Baby kommt auf jeden Fall noch ein Video. So, drei Paar Socken und schon ist der Wettelkorb wieder leer. Dann gleich wieder was Neues rein. Eine Mütze. Jetzt räume ich gleich alles weg. Pullover, das muss alles aufgehängt werden. Das räumen wir jetzt mal weg. Ne, Felix. Langweil hier unten alleine. Genau, dann haben wir ja noch für Bennet eine neue Schuhlackette bekommen. Kann ich euch auch gleich nochmal zeigen. Ich weiß nicht, ob das Video dazu vorher online kommt. Deswegen zeig ich euch das gleich einfach. Das finde ich voll süß. So, die Wäsche ist gemacht. Ich hab jetzt den Benneten hier. Und wir werden jetzt wickeln. Aber vorher zeige ich euch kurz die Schuhlackette. Das ist diese hier. So sieht er aus. Ich hab mir einfach für ein Grau-Weiß entschieden. So eine kleine Krone. Und hier steht kleiner Prinz drauf. Total süß. Und hier im Moment so ein Schuhlack, wo auch Little Prince drauf steht. Mit Nuckeln noch dran. Also einfach so zur Deko. Genau. Und für diese Schuhlackette hab ich mich dann halt eben entschieden. Einfach ein schlichtes Grau-Weiß sollte es werden. Genau. Und da steht noch Benneten drauf. Das ist dann schon eine neue Schuhlackette. Und der kleine Mann hat heute Schuhlchen an. Alles noch von Eschwege. Das hatte er am Sonntag an. Also seitdem haben wir ihn nicht mehr umgezogen. Er hatte so kleine Schuhlchen an. Dann hat er ein Set, was ich in Eschwege gekauft habe am Samstag. Und zwar, das besteht immer aus dieser Mütze, selbst genäht. Und die Hose dazu hat er an gerade. Aber wir ziehen ihn ja wie gesagt jetzt um. Ich hab die Hälfte der Klamotten leider bei Felix halt. Und deswegen können wir nicht so viel anziehen. Aber ich hab ja sowieso das eine Set geschenkt bekommen. Das wollten wir sowieso anziehen. Und diese Hose war dabei. Die hat so ein gestreiftes Bündchen und dann einfach so grün. Ja. Total cool. Und die ist auch von innen gefüttert. Richtig weich. Auch richtig, richtig schön. Fällt mir wirklich sehr gut. Bezahlt hab ich dafür 14 Euro. Das find ich in Ordnung. Ne, Bibi. Was ziehen wir dir jetzt für den Body an? Ich glaub ich hol ihm mal seinen grauen Body. Ich hab auch einen ganz schlichten Body. Dann müssen wir noch seine Haare machen. Die haben wir auch seit Samstag nicht mehr gemacht. Ja, seit Sonntag. Genau, Sonntag. Dann haben wir, ich hab schon mal umgezogen endlich mal wieder. So, er bekommt jetzt diesen grauen Body einfach an. Ich weiß nicht, ob wir heute nochmal rausgehen. Ah, ich hab ja keinen Kinderwagen hier. Also ich hab ja schon einen hier, aber den möchte ich ungern jetzt nach unten schleppen, weil der so schwer ist. Aber in dem Kinderwagen lag er noch nie. Eigentlich muss er da auch mal drin liegen. Hm, na ja, mal gucken. Wir sind heute ohne Felix. Also Felix kommt heute Abend auch nicht, leider. Aber ich glaube, dass wir trotzdem einen richtig schönen Tag haben. Mel fehlt mir leider sehr doll. Alle sagen ja immer, ich benachteilige Mel. Aber das stimmt nicht. Ich vermisse die extrem, wenn sie hier nicht ist. Und sie ist ja gerade zur Zeit einfach nicht hier. Und, ja. Mal gucken, wann ich sie wieder sehe. Ich hoffe ja, dass ich am Wochenende oder vielleicht bring Felix sie auch morgen mit. Aber ich muss ja, wenn dann sowieso morgen meinen Kinderwagen abholen, dann kann ich sie ja auch gleich mitnehmen. Ich finde, heute ist so ein richtiger Schlabbertag und deswegen darf er heute auch einfach mal so eine richtige Schlabberhose anziehen mit Schlabberbody und Schlabberjacke. Kein Problem. Muss auch mal sein hier. Ist auch mal bequem. Genau. Und der Felix muss ich heute noch zur Post. Ich glaube, das kriegen wir gleich auch noch mal hin. Zur Apotheke muss die Mama noch. Genau. Sieht einfach nur ein bisschen dick aus. So, Müsse kriegt er heute nicht auf. Das ist mir dann einfach so. Ich finde das voll süß. Voll schnuckelig, Bibi. Aber wir können das hier noch ein bisschen hochziehen. So viele Hose hier. So viele Hose. Ich zeige euch mal den kleinen Mann. Das sieht finde ich aus wie ein Baby jetzt. Oder? Voll süß. So ein Baby. Tata. Aber sehr süß. Was soll ich mit dieser Hose? Voll sweet. Voll sweeti-sweetig. Und Zahnbürste. Das ist eine extra weiche, falls da irgendjemand fragt. Also ich habe so eine extra weiche Zahnbürste und das Wasser. Damit kämme ich immer. Die Haare macht mein Hund die nass. Ich finde, er hat total schöne Haare, wenn die normal liegen. Aber er sieht immer so verzaust aus. Genau. Fertig, Bibi. Und so sieht das jetzt aus. Seht ihr gar nicht so gut, oder? Ich zeige euch das nochmal. So. Sieht ein bisschen aus wie Painting, sagen immer alle. Aber ich finde das gar nicht. Ich finde das voll schön. Vielleicht schon mal sitzen. Ich finde, das sieht extrem krass aus. Also ein Routing ist so perfekt geworden. Da habe ich auch richtig viele positive Nachrichten in Eschwege bekommen. Wunderschön, oder? Du bist süß, Bibi. Du hast wunderschöne Haare. So. So. Bist du, der Kleiner wird fertig. So schön, das ist unglaublich, ja. Du bist so schön, Bibi. Er ist so ein Wunderbaby. Ich finde das. Ich finde das. Noch nie hat irgendein Routibon-Baby mich so geflasht wie er. Das ist unglaublich. Haha. Er passt auch gut zu mir. Passt auch gut zu Mama. So. Mama würde ihn jetzt wieder ins Bettchen legen. So. Dann kriege ich noch seine Schnullerkette. Fertig. Gute Nacht, Bibi. Ich lege ihn jetzt noch ein bisschen schlafen. Er ist so schön. Da seht ihr mal seine Färbung eigentlich. So sieht das ungefähr aus. Ja, ich mache auf jeden Fall gerade noch ein paar Fotos, weil er ist so sweet. Unglaublich süßes. Schaut mal. Genau, und hier haben wir noch seine richtig coole Haijacke. Ich hätte ja auch in Eschwege gern drauf, weil ich auch so viele coole Kommentare bekommen. Total cool. Ne, Hundi? Wer bist du? Ist du Felix? Hallo. Hallo. Genau, so. Ich muss es hier noch aufräumen. Ich bin halt einmal das hier wegräumt. Das muss einmal nach drüben. Dann mache ich gleich noch eine Flasche, aber vor allem muss meine Kamera gleich laden. Das Wetter sieht sehr gut aus. Heute mal wieder. Sehr schön. Blauer Himmel, paar Wolken. Sehr cool. Ne. Und dann müssen wir mal die aufräumen, weil es hauptsächlich an. Hier liegt überall was. Das muss auch noch wegräumt werden. Meine Wäsche. Kommt in mein kleiner Schrank. Pilz. Pilz. Ja. Hier sind auch noch ein paar Sachen. Kameratasche. Benetton Schnuller. Benetton Schuhchen. Die Kameratasche können wir mal da hinten pfeffern. Dann haben wir hier noch die restlichen Sachen, die wir von der lieben Angel bekommen haben. Verlinke ich euch in der Infobox. Aber diesen Anhänger will ich jetzt mal wieder in den Kinderwagen machen. Äh, in den Kindersitz. Das ist nämlich so schön. Schaut mal. Also wenn ihr auch so einen haben wollt, verlinkt euch in der Infobox. Voll toll. Ja, dann haben wir noch so kleine Rasselwelle. Und noch ein Felix und Maggie Benzel. Voll süß. Genau. Haben wir es aber auch schon mal aufgeräumt hier. Der muss jetzt mal ein bisschen in die Ecke. Oh Gott. So. Fertig. Benetton Schuhner-Kette. Gehört eigentlich in den Kinderwagen, aber der Kinderwagen ist ja nicht hier. Schuhe können wir jetzt mal kurz in die Wäsche tun. Ich will jetzt mal alles irgendwie in die Wäsche, was ich hier noch liegen habe. Weil die Wäsche mache ich sowieso wieder in zwei Tagen. Das hier auch alles. Ich habe mich gerade zwar erst dortiert, aber ey, ist doch egal. So, das hier. Oh, das muss auch noch mit nach drüben. So. So, warum ist hier ein Haar? Da werden wir übrigens noch richtig viele Windeln. Dass wir alle noch aufbrauchen. Genau, deshalb geht es jetzt auch wieder sauber. Hier diese Katzenhaare. Das ist ekelhaft. Oh, meine Katze hat unseren Wickeltisch sehr toll. Deswegen habe ich hier auch so ein Spucktuch gerade drauf, damit sie das volldreckt und nicht meine Wickelauflage. Aber irgendwie finden sie sie trotzdem toll. Und sie legt sich immer hier, natürlich da, wo keins ist. So, Wickeltisch ist wieder sauber. Das brauche ich alles noch. Das steht in meiner Adresse. Und das hier muss auch hier oben hin. Diese Fusse hier oben, da sind so Hammer. Also, wenn ihr irgendwas streicht, legt es nicht auf den Teppich. Nicht so cool. Ich habe jetzt noch Müll. Das auch. Ich habe jetzt noch Müll. Felix! 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 Hallo, Mary! Hab ich mich einfach? Hallo, hör auf! Hör auf! Jetzt zieh ich aber richtig! Au! Hallo, meine Lieben! Ja, es ist ein neuer Morgen. Ich hab gestern total vergessen, weiter zu vloggen. Und, äh... Ja, deswegen dreh ich heute einfach weiter. Wir haben heute Samstag und das heißt Wochenende. Und ich dachte mir einfach, ich dreh heute einfach weiter. Ich hab ein bisschen noch zu tun und ich bin grad hochgekommen. Wir haben schon 12 Uhr und ich bin grad hochgekommen in mein Zimmer. Und habe das hier entdeckt. Und das... Und das dann. Ja! Also... Die Katzen haben einst kalt meinen Himmel vorm Bett geschmissen. Ich denke mal, dass es der Garfield war. Nämlich der Fette hier. Ne, Garfield? Bist du der Fette hier? Und ich schau mal seine Füße an. Richtig dreckig und dann ist es eiskalt in meinem Bett. Schau mal sein Ohr an. Du bist dreckig, Ficker, und liegst in meinem Bett. Ja. Na gut. Lissi ist auch hier. Prinzessin ist auch hier. Genau. Brrrr. Genau, Posten müssen wir gleich noch zusammenpacken. Ich muss hier aufräumen. Weil meine Katze hat schon wieder hier geschlafen und die Katzenhaare müssen unbedingt weg gleich. Das hier müssen wir auch aufräumen. Ganz wichtig. Genau. Okay. Aber erstmal müssen wir hier das wieder ordentlich machen. Weil du direkt gemacht hast. Beziehungsweise müssen wir den Himmel wieder aufstellen. Bedeutung. So. 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 Wie der schön. So, na, ist auch noch nicht ganz so ordentlich. So, fertig. Fertig. Wieder aufgeräumt, was du verschmutzt hast. Ja, brauchst du gleich so zu gucken. Ich glaube, wir haben ein bisschen Angst vor der Kamera, oder? Ha? Dann bist du nämlich immer ganz verschmutzt. Und jetzt, wo man die Kamera nachhandelt, bist du ein bisschen kumst. Ja, genau. Meine Mausi ist hier. Hallo, Prinzessin. Hallo. Genau. Und meine Schwester chillt da mit Felix. Guck, was machen die da, Lisi? Genau. Und ich wollte heute wahrscheinlich die Wombtour drehen von so einem Kinderzimmer. Aber dafür muss ich noch aufräumen, ganz wichtig. Genau, das glaube ich mache ich jetzt mit meinen Katzis hier. Der Ben übrigens schläft drüben. Er hat die ganze Nacht bei mir geschlafen. Und noch schläft er auch. Ich lasse ihn noch ein bisschen liegen. Ich hole ihn aber gleich rüber zu uns, wenn Gabriel aus dem Bett wieder draußen ist. Genau. Und jetzt. Aber erstmal muss ich jetzt unsere Sachen einmal kurz gucken. Ich habe wieder Bibi-Kleidung verkauft. Und da will ich jetzt kurz einmal auf dem Handy gucken, was ich da jetzt verkauft habe. Und ich verkaufe das auf unserem Instagram-Flohmarkt. Habe ich euch in der Infobox verlinkt. Genau. So. Und das hier haben wir noch alles da. Und ich möchte gerne neue Sachen kaufen, deswegen müssen die alten Sachen gehen. Aber ich muss jetzt mal hier gucken. Hier ist übrigens unser Instagram-Flohmarkt. So sieht das Ganze aus. Seht ihr gar nicht so gut? Ich muss jetzt mal fokussieren. Lisi, nicht jetzt hier. Ja, Lisi, du bist ganz toll. Also so sieht das Ganze aus. Ja, gut. So sieht das Ganze aus. Schnecke. Ja, du bist ganz süß. Genau. Und da muss ich jetzt kurz gucken, weil ich habe was verkauft. Und die Sachen, die ich jetzt kurz einmal rausholen. Lisi, du bist ganz süß. Ganz wunderbar und süß. Hier liegt noch ein Brief. Ich bin in Adeldo im Minutplatz. So. Ich weiß nicht, meine Schwester spielt draus nur mal noch, obwohl es total regnet. Hallo, Baby. So. Das Baby ist geholt. Schnucki Bär. Ich liebe ihn so. Er ist so wunderschön. So süß, Garfield. Du bist so süß. Bei ihm ist so wunderschön. Schnucki Bär. Und er hat so ein süßes Outfit an. Und das ist so goldig mit dieser Hose und dieser Jacke. Richtig goldig. Genau. So. So. Bisschen zudenken. So. Süßes Outfit. Möchtest du raus? Möchtest du raus? Möchtest du raus? Möchtest du raus, ne? Tschüss. Wird das schon mal gemacht? Also falls ihr Interesse an Bibelkleidung habt, ich habe genug. Und dann wollte ich jetzt mal das hier aufräumen. Unsere Schnullerkiste. Kann das jetzt rein? Das kann man rein, das kann man rein. So. Genau. Noch das schon mal. So. Babyboy. Wickeln wir den kleinen mal. Schnullerkette ist übrigens in der Infobox verlinkt. Er hat ein Wickelbuddy an. Von gestern hier noch. Ich liebe diesen Levi-Windel-Bereich. Und das ist so goldig. Muss ich das mal zeigen. Schaut euch das an. Ich finde das so süß. Sieht so aus wie so beim echten Baby. Übertrieben süß finde ich das. Und diese Speckibeine. Oh. Mama ist so in love. Wir benutzen die Pampers Newborn-Bindeln. Und wir benutzen die auch öfters. Ich habe da jetzt keine Probleme mit. Und ich muss die jetzt auch nicht jedes Mal auswechseln. Das ist ja total teuer. Wenn die noch gut aussehen, dann kann man die ja noch benutzen. Sieht ja noch gut aus. Das ist so fertig. frische Pimpi unsere Flaschenbox mal gucken welche wir heute nehmen ich glaube wir nehmen heute einfach ganz schlicht die aber die hat das ohne Stöpsel genau genau nehmen wir heute die so kleine Mann legt es wieder im Bett frisch gewickelt und überglücklich so warten wir mal bis er Hunger kriegt die Jacke müssen wir gleich noch aufhängen genau da habe ich hier die neue Flasche die er gleich bekommt hier habe ich noch eine alte die müssen unbedingt sauber machen weil siehst du das setzt sich da schon alles ab die müssen wir noch sauber machen genau aber wie machst du nicht hilfst die 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 Ganz mini. Ganz mini. Sehr süß. Dann können wir noch gucken. Das sind genau die I Love Magen. Weihnachtssocken. Die sind ultra cool. Da kommt der kleine zu Weihnachten an. Voll süß. Oh Gott. So, genau.